Das Erkennen und Verstehen von Markttrends stellt einen ersten wichtigen Schritt der Geschäftsplanung dar. Markttrends sind relevante Umfeldentwicklungen, die sich auf das Geschäft auswirken und deshalb für die Unternehmensstrategie von entscheidender Bedeutung sind. Sie lassen sich beispielsweise einteilen in Technologietrends, die sich auf Produkte, Funktionalität, Design etc. auswirken können oder Veränderungen im Kundenverhalten, etwa geänderte Einkaufsgewohnheiten, wie im Falle von Online-Bestellungen oder auch bei Rabattsystemen. Wettbewerberverhalten, zum Beispiel wenn Konkurrenten in neue regionale Märkte oder benachbarte Marktsegmente expandieren oder die Etablierung neuer Geschäftsmodelle oder Wertschöpfungssysteme, wie das bei Software- und Servicemodellen der Fall ist oder beim Angebot von Komplettpaketen. Neben den Trends, die zumeist beobachtbar und gut beschrieben bzw. empirisch erfasst sind, gilt es auch die sogenannten Markttreiber zu erkennen, also die Einflussfaktoren, die Trends auslösen oder deren Stärke und Richtung bestimmen. Markttreiber resultieren häufig beispielsweise aus neuen Gesetzen und Vorschriften, wie etwa bei einer Liberalisierung von Märkten, aus Standardisierungs- und Normierungsergebnissen, aus grundlegenden Innovationen oder Erfindungen oder aus sogenannten Megatrends, die im Prinzip allgegenwärtig und von umfassender, langfristiger und durchgreifender Bedeutung sind, wie zum Beispiel Globalisierung, Internetpenetration, Verstädterung oder Bevölkerungswachstum. Bei der Markttrendanalyse empfiehlt sich folgendes Vorgehen. Erstens Identifikation der relevanten Markttrends. Zweitens Analyse der trendbestimmenden Faktoren, also der Markttreiber und der Kausalitäten. Drittens unter Umständen Anwendung der Szenariotechnik, wo mögliche konkrete Marktszenarien definiert werden. Viertens Analyse und Prognose, welche Auswirkungen Trends oder Szenarien auf die eigene Geschäftsplanung und Geschäftsentwicklung besitzen. Und schließlich im fünften Schritt proaktive Ausrichtung der Strategie und der Berücksichtigung der Trends, also zum Beispiel von technischen Innovationen, geänderten Kundenwünschen oder von neuen Geschäftsmodellen. Ausgangspunkt für Marktprognosen ist eine strategische Marktsegmentierung. Für die dabei gebildeten Marktsegmente sollen nun Prognosen über die jeweiligen Marktvolumina, die zukünftige Marktentwicklung und damit einhergehend die Wachstumsraten entweder jährlich oder durchschnittlich getroffen werden. Die Kenntnis dieser Marktdaten ist für die Bestimmung der Marktattraktivität und somit für Entscheidungen über Produkt- und Serviceentwicklungen sowie für die Festlegung der zugehörigen Vermarktungsstrategien von großer Bedeutung. Bei den Marktprognosen werden Marktvolumina der einzelnen Marktsegmente und des Gesamtmarktes dargestellt. Und zwar entweder für jedes Jahr des Planungshorizonts inklusive Angabe der jeweiligen jährlichen Wachstumsraten, der AGR, was für Annual Growth Rate steht, oder nur für Ausgangs- und Zieljahr inklusive Angabe der durchschnittlichen Wachstumsraten, man nennt das dann CAGR für Compound Annual Growth Rate. Beim Ausgangsjahr handelt es sich in der Regel entweder um das aktuelle oder um das letzte volle Kalenderjahr. Was den Vorteil hat, dass man sich für die Prognose auf zumeist bereits gesicherte ISDaten abstützen kann. Wenn für das aktuell laufende Jahr ebenfalls nur Prognosen gestellt werden können, werden die tatsächlichen Wachstumsraten möglicherweise verfälscht. Die Festlegung des Zieljahres hängt entscheidend von den unternehmerischen, strategischen und planerischen Zielsetzungen ab. Der Prognosehorizont sollte aber in jedem Fall kurz- bis mittelfristig, also mindestens drei Jahre sein. Für die Erhebung der Daten kommen im Wesentlichen drei Techniken zur Anwendung. 1. Techniken der Primär- und Sekundärmarktforschung, mit denen die Basisdaten ermittelt werden. 2. Prognosetechniken, mit denen die aktuellen oder Istwerte verschiedener Marktparameter, wie etwa der Mengen, Preise, Distributionswege etc., in die Zukunft projiziert werden. 3. Marktmodelle für die Transformation der Ausgangsdaten, vor allem für die Zuordnung der Marktdaten zu den definierten Marktsegmenten oder auch zu verschiedenen regionalen Einheiten. Ziel sollte in jedem Fall sein, quantitative Marktdaten zu erhalten und neben Mengenangaben auch monetäre Werte, d.h. Umsatzzahlen, darzustellen. Wie wir eben gesehen haben, ist eine wichtige Aufgabe von Marktanalysen, die zukünftige Marktentwicklung zu prognostizieren. Dafür kann sich die Marktanalyse verschiedener Prognosetechniken bedienen, die in der Übersicht auf dieser Seite dargestellt sind. Also etwa die Verwendung geeigneter Marktmodelle, Szenario- und Trendanalysen, Hochrechnungen oder Experteneinschätzungen. Für die Prognose gibt es unterschiedliche Komplexitätsstufen. Im einfachsten Fall werden nur die Liefermengen bzw. Stückzahlen betrachtet, wie das oft bei PKW, Mobiltelefonen etc. der Fall ist. Wird das Marktvolumen, also der Wert der Mengen angegeben, sind als weiterer Parameter die Marktpreise zu berücksichtigen, wobei zu beachten ist, dass hierbei oftmals große regionale Unterschiede existieren. Gelegentlich muss zwischen Endkunden und Herstellersicht unterschieden werden. In diesem Fall müssen zusätzlich Distributionsstrukturen und Vertriebsspannen in die Betrachtung mit einbezogen werden. In den meisten Fällen existieren verschiedene Detaillierungsgrade, die zu berücksichtigen sind und die aus den abzudeckenden Markt-, Kunden- und Technologiesegmenten oder auch aus unterschiedlichen Leistungsklassen resultieren können.